Arthur Schopenhauer Überlesen und Bücher Kapitel 14 von Paralga und Paralipomena Erste Ausgabe, A.W. Hain Verlag, Berlin, 1851 Unwissenheit degradiert den Menschen erst dann, wann sie in Gesellschaft des Reichtums angetroffen wird. Den Armen bändigt seine Armut und Not, seine Leistungen ersetzen bei ihm das Wissen und beschäftigen seine Gedanken. Hingegen Reiche, welche unwissend sind, leben bloß ihren Lüsten und gleichen dem Vieh. Wie man dies täglich sehen kann. Hierzu kommt noch der Vorwurf, dass man Reichtum und Muße nicht benutzt habe zu dem, was ihnen den allergrößten Wert verleiht. Wann wir lesen, denkt ein anderer für uns. Wir wiederholen bloß seinen mentalen Prozess. Es ist damit, wie wenn man beim Schreiben dann der Schüler, die vom Lehrer mit Bleistift gezeichneten Züge mit der Feder nachzieht. Demnach ist beim Lesen die Arbeit des Denkens uns zum größten Teil abgenommen. Daher die fühlbare Erleichterung, wenn wir von der Beschäftigung mit unseren eigenen Gedanken zum Lesen übergehen. Eben daher kommt es auch, dass wer sehr viel und fast den ganzen Tag liest, dazwischen aber sich in gedankenlosem Zeitvertreibe erholt, die Fähigkeit, selbst zu denken, allmählich verliert. Wie einer, der immer reitet, zuletzt das Gehen verlernt. Solches aber ist der Fall sehr vieler Gelehrten. Sie haben sich dumm gelesen. Denn Beständiges, in jedem freien Augenblicke sogleich wieder aufgenommenes Lesen, ist noch geisteslähmender als beständige Handarbeit, da man bei dieser doch den eigenen Gedanken nachhängen kann. Aber wie eine Springfeder durch den anhaltenden Druck eines fremden Körpers ihre Elastizität endlich einbüßt, so der Geist die Seine durch fortwährendes Aufdringen fremder Gedanken. Und wie man durch zu viel Nahrung den Magen vertirbt und dadurch dem ganzen Leibe schadet, so kann man auch durch zu viel Geistesnahrung den Geist überfüllen und ersticken. Denn selbst das Gelesene eignet man sich erst durch späteres Nachdenken darüber an, durch Rumination. Liest man hingegen immer fort, ohne später hin weiter daran zu denken, so fasst es nicht Wurzel und geht meistens verloren. Überhaupt aber geht es mit der geistigen Nahrung nicht anders als mit der leiblichen. Kaum der fünfzigste Teil von dem, was man zu sich nimmt, wird assimiliert. Das Übrige geht durch Evaporation, Respiration oder sonst ab. Zu diesem Allen kommt, dass zu Papier gebrachte Gedanken überhaupt nichts weiter sind als die Spur eines Fußgängers im Sande. Man sieht wohl den Weg, welchen er genommen hat, aber um zu wissen, was er auf dem Wege gesehen, muss man seine eigenen Augen gebrauchen. Keine schriftstellerische Eigenarbeit, wie zum Beispiel Überredungskraft, Bilderreichtum, Vergleichungsgabe, Kühnheit oder Bitterkeit oder Kürze oder Grazie oder Leichtigkeit des Ausdrucks, noch auch Witz, überraschende Kontraste, Lakonismus, Naivität und dergleichen mehr, können wir dadurch erwerben, dass wir Schriftsteller lesen, die solche haben. Wohl aber können wir hierdurch dergleichen Eigenschaften, falls wir sie schon als Anlage, als Potentia besitzen, in uns hervorrufen, sie uns zum Bewusstsein bringen, können sehen, was alles sich damit machen lässt, können bestärkt werden in der Neigung, ja, im Mut, sie zu gebrauchen, können an Beispielen die Wirkung ihrer Anwendung beurteilen und so den richtigen Gebrauch derselben erlernen, wonach wir allerdings erst, dann sie auch aktu besitzen. Dies also ist die einzige Art, wie Lesen zum Schreiben bildet, indem es uns nämlich den Gebrauch lehrt, den wir von unseren eigenen Naturgaben machen können, also immer nur unter der Voraussetzung dieser. Ohne solche hingegen erlernen wir durch Lesen nichts, als kalte, tote Manier und werden zu seichten Nachahmen. Wie die Schichten der Erde die lebenden Wesen vergangener Epochen reihenweise aufbewahren, so bewahren die Bretter der Bibliothek reihenweise die vergangenen Irrtümer und deren Darlegungen, welche, wie jene Ersteren zu ihrer Zeit, sehr lebendig waren und viel Lärm machten, jetzt aber starr und versteinert dastehen, wo nur noch der literarische Palaeontologe sie betrachtet. Xerxes hat, nach Herodot, beim Anblick seines unübersehbaren Heeres geweint, indem er bedachte, daß von diesen allen nach hundert Jahren keiner mehr am Leben sein würde. Wer möchte da nicht weinen beim Anblick des dicken Messkatalogs, wenn er bedenkt, daß von all diesen Büchern schon nach zehn Jahren keines mehr am Leben sein wird. Es ist in der Literatur nicht anders als im Leben. Wohin man sich auch wende, trifft man sogleich auf den inkorrigiblen Pöbel der Menschheit, welcher überall legionenweise vorhanden ist, alles erfüllt und alles beschmutzt wie die Fliegen im Sommer. Daher die Unzahl schlechter Bücher, dieses wuchernde Unkraut der Literatur, welches dem Weizen die Nahrung entzieht und ihn erstickt. Sie reißen nämlich Zeit, Geld und Aufmerksamkeit des Publikums, welche von rechts wegen den guten Büchern und ihren edlen Zwecken angehören, an sich, während sie bloß in der Absicht, Geld einzutragen oder Ämter zu verschaffen, geschrieben sind. Sie sind also nicht bloß unnütz, sondern positiv schädlich. Es gibt zu allen Zeiten zwei Literaturen, die ziemlich fremd nebeneinander hergehen. Eine wirkliche und eine bloß scheinbare. Jene erwächst zur bleibenden Literatur, betrieben von Leuten, die für die Wissenschaft oder die Poesie leben, geht sie ihren Gang ernst und still, aber äußerst langsam, produziert in Europa kaum ein Dutzend Werke im Jahrhundert, welche jedoch bleiben. Die andere, betrieben von Leuten, die von der Wissenschaft oder Poesie leben, geht im Galopp unter großem Lärm und Geschrei der Beteiligten und bringt jährlich viele tausende Werke zu Markte. Aber nach wenig Jahren fragt man, wo sind sie? Wo ist ihr so früher und so lauter Ruhm? In der Weltgeschichte ist ein halbes Jahrhundert immer beträchtlich, weil ihr Stoff stets fortfließt, in dem doch immer etwas vorgeht. Hingegen in der Geschichte der Literatur ist dieselbe Zeit oft für gar keine zu rechnen, weil eben nichts geschehen ist. Denn stümperhafte Versuche gehen sie nicht an. Man ist also, wo man vor 50 Jahren gewesen. Dies zu erläutern, denke man sich die Fortschritte der Erkenntnis beim Menschengeschlechte unter dem Bilde einer Planetenbahn. Dann lassen sich die Irrwege, auf welche es meistens bald nach jedem bedeutenden Fortschritt gerät, durch ptolemäische Epizyklen darstellen, nach der Durchlaufung eines jeden, von welchen es wieder da ist, wo es vor dem Antritt desselben war. Die großen Köpfe jedoch, welche wirklich auf jener Planetenbahn das Geschlecht weiterführen, machen den jedesmaligen Epizyklus nicht mit. Hieraus erklärt sich, warum der Ruhm bei der Nachwelt meistens durch Verlust des Beifalls der Mitwelt bezahlt wird, und umgekehrt. Ein solcher Epizyklus ist zum Beispiel die Philosophie Fichtes oder Schellings, zum Schluss gekrönt durch die hegelische Karikatur derselben. Dieser Epizyklus ging von der zuletzt durch Kant und bis dahin fortgeführten Kreislinie ab, wo selbst ich späterhin sie wieder aufgenommen habe, um sie weiterzuführen. In der Zwischenzeit aber durchliefen nun wie besagten Scheinphilosophen und noch einige andere daneben ihren Epizyklus, der jetzt nachgerade vollendet ist, wodurch das mit ihnen gelaufene Publikum inne wird, dass es sich eben da befindet, von wo er ausgegangen war. Mit diesem Hergange der Dinge hängt es zusammen, dass wir den wissenschaftlichen, literarischen und artistischen Zeitgeist ungefähr alle 30 Jahre deklarierten Bankrott machen sehen. In solcher Zeit nämlich haben alsdann die jedesmaligen Irrtümer sich so gesteigert, dass sie unter der Last ihrer Absurdität zusammenstürzen und zugleich hat die Opposition sich an ihnen gestärkt. Nun also schlägt es um. Oft aber folgt jetzt ein Irrtum in entgegengesetzter Richtung. Diesen Gang der Dinge in seiner periodischen Wiederkehr zu zeigen, wäre der rechte pragmatische Stoff der Literaturgeschichte. Aber diese denkt wenig daran. Zudem sind, wegen der verhältnismäßigen Kürze solcher Perioden, die Data derselben aus entfernteren Zeiten oft schwer zusammenzubringen, daher man am bequemsten die Sache an seinem eigenen Zeitalter beobachten kann. Wollte man hierzu ein Beispiel aus den Realwissenschaften, so könnte man die wernersche neptunistische Geologie nennen. Allein ich bleibe bei dem bereits oben angeführten, uns zunächst liegenden Beispiel. Auf Kants Glanzperiode folgte in deutscher Philosophie unmittelbar eine andere, in welcher man sich bestrebte, statt zu überzeugen, zu imponieren. Statt gründlich und klar, glänzend und hyperbolisch, zumal aber verständlich zu sein, ja sogar, statt die Wahrheit zu suchen, zu integrieren. Dabei konnte die Philosophie keine Fortschritte machen. Endlich kam es zum Bankrott dieser ganzen Schule und Methode. Denn im Hegel und seinen Gesellen hatte die Frechheit des Unsinn-Schmierens einerseits und die des gewissenlosen Anpreisens andererseits neben der augenfälligen Absichtlichkeit des ganzen sauberen Treibens eine so kolossale Größe erreicht, dass endlich allen die Augen über die ganze Scharlatanerie aufgehen mussten, und als infolge gewisser Enthüllungen der Schutz von oben der Sache entzogen wurde, auch der Mund. Die fichtischen und schellingschen Antizidenzien dieser elendesten, aller je gewesenen Philosophastereien wurde von ihr nachgezogen in den Abgrund des Diskredits. Dadurch kommt nunmehr die gänzliche philosophische Inkompetenz der ersten Hälfte des auf Kant in Deutschland folgenden Jahrhunderts an den Tag, während man sich, dem Auslande gegenüber, mit dem philosophischen Gaben der Deutschen brüstet. Wer nun aber zu dem hier aufgestellten allgemeinen Schema der Epizyklen Belege aus der Kunstgeschichte will, darf nur die noch im vorigen Jahrhunderte, besonders in ihrer französischen Weiterbildung, blühende Bildhauerschule des Bernini betrachten. Welche statt der antiken Schönheit die gemeine Natur und statt der antiken Einfalt und Grazie den französischen Menuettenstand darstellte. Sie machte bankrott, als, nach Winkelmanns Zurechtweisung, die Rückkehr zur Schule des Alten erfolgte. Einen Beleg wiederum aus der Malerei liefert das erste Viertel dieses Jahrhunderts, als welches die Kunst für ein bloßes Mittel und Werkzeug einer mittelalterlichen Religiosität hielt und daher kirchliche Vorwürfe zu ihrem allgemeinen Thema erwählte, welche jetzt aber von Malern behandelt wurden, denen der wahre Ernst jenes Glaubens abging, die jedoch infolge des besagten Warnes den Francesco Francia, Pietro Perugino, Angelo de Fiesiole und ähnliche zu Musternahmen, ja, diese höher schätzten als die auf sie folgenden eigentlichen großen Meister. In Bezug auf diese Verirrung und weil in der Poesie ein analoges Streben sich gleichzeitig geltend gemacht hatte, schrieb Goethe die Parabel Pfaffenspiel. Auch diese Schule wurde so dann als auf Grillen beruhend erkannt, machte bankrott und auf sie folgte die Rückkehr zur Natur, sich kundgebend in Genrebildern und Lebensszenen jeder Art, wenn auch bisweilen sich ins Gemeine verirrend. Dem geschilderten Hergange der menschlichen Fortschritte entsprechend ist die Literaturgeschichte ihrem größten Teile nach der Katalog eines Kabinetts von Missgeburten. Der Spiritus, in welchem diese sich am längsten konservieren, ist Schweinsleder. Die wenigen wohlgeratenen Geburten hingegen braucht man nicht dort zu suchen, sie sind am Leben geblieben und man begegnet ihnen überall in der Welt, wo sie als Unsterbliche in ewig frischer Jugend einhergehen. Sie allein machen die, im vorigen Paragraph bezeichnete wirkliche Literatur aus, deren personenarme Geschichte wir, von Jugend auf, aus dem Munde aller Gebildeten und nicht erst aus Compendien lernen. Wohl aber wünschte ich, dass einmal einer eine tragische Literaturgeschichte versuchte, worin er darstellte, wie die verschiedenen Nationen, deren ja jede ihren allerhöchsten Stolz in die großen Schriftsteller und Künstler, welches sie aufzuweisen hat, setzt, diese während ihres Lebens behandelt haben, worin er also uns jeden endlosen Kampf vor die Augen brächte, denn das Gute und Echte aller Zeiten und Länder gegen das jedes Mal herrschende Verkehrte und Schlechte zu bestehen hat. Das Märtyrertum fast aller wahren Erleuchter der Menschheit, fast aller großen Meister in jeder Art und Kunst abschilderte, uns vorführte, wie sie, weniger Ausnahmen abgerechnet, ohne Anerkennung, ohne Anteil, ohne Schüler, in Armut und Elend sich dahin gequält haben, während Ruhm, Ehre und Reichtum den Unwürdigen ihres Fachs zuteil wurden. Wie jedoch bei dem allen die Liebe zu ihrer Sache sie aufrechterhielt, bis denn endlich der schwere Kampf eines solchen Erziehers des Menschengeschlechtes vollbracht war, der unsterbliche Lorbeer ihm winkte und die Stunde schlug, wo es auch für ihn hieß. Der schwere Panzer war zum Flügelkleide. Kurz ist der Schmerz. Und endlich ist die Freude. Untertitelung des ZDF für funk, 2017